Oh mein Gott, Leute, ihr seht schon, heute bitte ich mal auf dem Kanal von Kevin. Und wir werden heute an Heiligabend den kleinen Max überraschen, denn ihr wisst, ich habe in den letzten Videos echt immer oft geprankt, Leute. Und deshalb werde ich ihn heute an Weihnachten einmal alles kaufen, was er sich wünscht. Das heißt, er darf gleich alles malen und ich werde ihm einfach alles kaufen, was er mir zeichnet. Deswegen bleibt bis zum einen dran, lasst den Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir entmüden uns auch direkt mal im Disco. Hallo, Max, bist du da? Hallo, Lomax! Was geht? Lomax, frohe Weihnachten! Dir auch. Weißt du was, ich habe auch direkt schon ein Weihnachtsgeschenk für dich. Was denn? Ich werde dir heute in Brawl Stars alles kaufen, was du mir zeichnest. Wirklich? Ja. Kannst du mir alles kaufen, auch 500 Legendäre? So viele Legendäre gibt es gar nicht, Max. Ach so. Okay, darf ich anfangen, Lom Lom? Ja, du darfst anfangen. Okay. So, Lommi, ich bin jetzt auf mein Account drauf. Ich, ähm, ich muss mal gucken, was ist hier in dem Shop. Oh, was? Alter, es gibt so tausend Millionen, tausend Sachen hier in Brawl Shop. Ich habe eine Idee, ich male was. Okay, dann male was. So, Lommi, ich mache jetzt einmal die blaue. Ja. So. Aha. Das ist so blau, weißt du? Okay. Und da drinnen, da so der Kleine. Das sieht aus wie ein Schlumpf. Da so der Kleine, der so, so und so und dann geht das so und so und so und so. Aha. Und dann ist hier gelb. Was meinst du da? Und dann ist hier so und so und da und da. Max, ich erkenne es auch nicht. Das sieht aus wie keine Ahnung was. Du musst erst warten, Lommi. Max, ich erkenne es nicht. Was ist das? Ach, die Nase. Ich erzähle doch schon die ganze Zeit, was das ist. Hier ist der Mund. Ja, das sieht eigentlich aus wie so ein Pokémon. Das ist blau. Boah, ich weiß es. Was denn? Ich weiß es. Das ist der Sandy Skin. Wirklich? Ja, das ist der Sandy Skin. Weil hier, Achtung, da ist noch der gelbe. Wieviel kostet das? Hier ist auch gelb. Warte, ich schreibe ein Gem. 14. Huh? 149 Gems für ein Skin. Ja, der ist aber cool. Guck, wie der aussieht. Der heißt San... San... Die Cola. Ey, Max, das ist ja echt teuer, ne? Ja, aber du hast gesagt, heute, weil Weihnachten ist. Aber warte noch. Warte noch. Guck mal. Ich habe aber in Brawl nicht genug Gemps. Warte kurz. Ich muss noch was malen. Achtung. Ach, Max. Ja, wir müssen die Gemps kaufen. Ich weiß. Ja. Aber übertreib doch nicht. Ja, es ist für 59 Gemps, Bro. Kannst du kaufen? Bitte. Kannst du mir iTunes geben? Weil der Kevin hat gesagt, ich habe schon ganz viel Geld bekommen. Du musst das jetzt bezahlen. Und weißt du, wie viel das ist? Nein. Ja, komm, kaufe ich dir. Weil Weihnachten ist heute ausnahmsweise. Juhu, ich lade auf. So, Lommi. Weißt du, ich habe auch Kreta-Code Lukas drin. Ja. Weil man kann da gewinnen, immer 25 Euro Karte. Jeden Tag. Da Instagram markiert von Lukas und Kevin. Jetzt mache ich 60 Euro, oder? Oh, weia. Oh, Lommi. Das ist jetzt hier drauf. Wie viel Münzen hast du eigentlich auf deinem Account? Holy shit. 422. Hä? Und guck mal, der hat auch die kleinen, die kleinen Kugeln da. Und der schläft. Und da gibt es auch einen Pin zu. Guck mal. Findest du den cool? Nee, absolut nicht. Das sieht absolut nicht cool aus. Warum sagst du das? Der sieht aus wie du. Du schlafst auch immer. Du hast nicht mal eine Brawler-Duschmalspur. Red mal nicht so viel. Du Schmalspur. Wer? Welche Spur? Du. Lommi, ich mache jetzt die nächste Sache. Ja, dann mal. Okay. Lommi, du bist fies heute. Okay, ich kaufe dir halt nichts mehr. Dann warst du es jetzt. Alles. Du musst alles kaufen, hast du gesagt. Oh, warte. Ich muss... Du kleiner... Das muss weg hier, die ganzen Sachen. Du kleiner Ein- und Kreistiger, du. So, Lommi, ich male jetzt. Wie heißt du gerade in Brawl? Ich heiße gerade eine Krone und dann Lumex. Weißt du, das bedeutet King Lumex. Verstehst du? Malt man so eine Krone? Ja, was machst du jetzt, Max? Max, was machst du da jetzt? Einfach Krone Lumex. Hä? So heißt du? Da fehlt ein X. Ich heiße Doppel-X. So. Ja, und jetzt? Und jetzt? Achtung! Ja, was ist damit? Lomm, Lomm. Lomm! Lomm, Lomm! Lomm, Lomm, kannst du mir bitte zeigen deine Bildschirme? Ich muss gucken. Naja. Du musst dich nennen Lomm, Lomm. Kannst du die Gems dann... Du musst an den Win-Spiel teilnehmen. Naja. Max, du bist so ein 31er, ehrlich. Lomm, Lomm. Ja. Du musst dich jetzt Lomm, Lomm nennen. Nee, ich habe locker schon zu 1000 Gems ausgegeben, nur für den Namen ändern. Es ist so schlecht, wirklich. Du nennst dich jetzt Lomm. Ja. Lomm. Lomm. Nein. Lomm, Lomm! Nicht Lomm, Lomm. Lomm, Lomm. So! So! Ja, Lomm, Lomm. Das sieht witzig aus. Lomm, Lomm! Hä? Was ist das da für ein Symbol dahinter? Äh, das ist... Das ist gar nichts. Ähm. Ähm. Mach Brokkoli! Lomm, Lomm, Brokkoli! Das ist gut. Mit Regenschirm. Was für Regenschirm? War da gerade. Ja, fertig. Lomm, Lomm. Digga, es ist so unnötig. Lomm, Lomm, Brokkoli. Digga, wow. Wow. Ja, wow. Okay, cool. Lomm, Lomm, ich mal wieder. So, ich mal jetzt die nächste Sache. Lomm, Lomm. Dann mal. Ich bin gespannt, Max, was als nächstes kommen wird, Digga. Ey, es war einfach echt ausgemacht, dass ich dir was kaufe und nicht, dass ich meinen Namen ändern muss. Erstes, du hast davon noch gar nichts, Max. Ich muss erst mal hier das alles wegmachen. Wieso ist das so komisch? Weil du ein Purpel bist. Mann! So, Lomm, Lomm, ich mach weiter. Dann mal weiter. Dann mal! Lomm, Lomm, ich hab jetzt eine Idee. Ja. Lomm, Lomm, wenn du das machst, dann bist du der Größte von allen. Achtung! Ich male jetzt. Bist du bereit? Ja. So, Achtung. Der hat hier oben... So. So. Ein Käsefuß. Du willst ein Käsefuß. So. Was? Nein, kein Käse. Käse. Dann eben... Ha! Du willst, du willst, du willst, du willst, du willst ein Brokkoli. Ein blauen. Du willst ein blauen Brokkoli haben. Ein blauen. Nein. Digga, das ist halt so dumm. Ehrlich. Lomm, Lomm. Guck auf jetzt. Es sieht aus wie ein Spargel. Was ist das, ein Spargel? Spargel sieht so aus wie du. Du bist ein Spargel. Lomm, Lomm. Ich bin kein Spargel. Ich bin... Oh, nee. Ich muss mich Lomm, Lomm nennen. Digga, es ist für... Ich glaub dafür 150 Champs ausgegeben, Bro. Wär's, Digga, Bro. Komm, jetzt nervt mich nicht. Ehrlich. Was malst du da? Oha! Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Mann, ich mal doch erst den Anfang. Mann. Ja, irgendwie sieht's ein bisschen komisch aus, trotzdem. Was heißt das komisch? Ja, jetzt... Du, Bruder, tu doch nicht so. Hallo. Max. Wahrscheinlich. Weißt du es nicht. Da ist der Arm. Digga, Max, was malst du da? Lomm, Lomm. Das ist zu kurz hier. Dann hast du Pech. Dann kaufe ich es halt nicht. Musst du halt jetzt mit Leben, dass ich es nicht kaufe. Dann ist halt jetzt so. Dann hast du einfach Pech. Mann. Dann hast du einfach Pech, Digga. Lommi, es geht nicht. Ja, dann hast du Pech. Mann, ich mach jetzt schnell. Darf ich mal einen Tipp abgeben? Ja. Natürlich den neuen Skin für Amber. Woher weißt du das? Dass es so aussieht. Sieht gar nicht so schlecht aus. Findest du das sieht gut aus? Sieht scheiße aus, aber ich erkenne. Was heißt das? Kauf einfach, bitte. Ich kauf's dir einfach, okay? Also, du musst erst sagen, von 1 bis 2. Ich kauf dir das jetzt! Es sieht scheiße aus, ja. Es sieht nicht gut aus. Warum sagst du das? Weil es scheiße aus sieht. Die heißt, Achtung, Rost. Max, schau mal meinen Stream. Äh, warte, Igen, ähm. Ja, ich weiß doch, wer das ist. Weißt du, wie viele Gems? Ja, guck mal, meinen Stream. Nein, ich muss malen. Ich weiß, was die kostet. Weißt du was, Max? Was? Ich guck in deinen, in, warte, ich muss in deinen Stream gucken. Aber ist das gut geworden? Nein, ist es nicht. Warum nicht? Weißt du, was ich jetzt mache? Weil ich cooler bin als du. Zeig. Kauf ich die mir eher als du. Was? Ha, 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 ha. Blom, blom. Ich hab die eher als du. Du Loser. Blom, blom, aber ich darf auch kaufen jetzt. Ja, kaufst du dir auch. Du kriegst da so richtig cool einen Pin dazu. Und, und, oh mein Gott, da ist sie ja. Meine Ember sieht cooler aus als deine. Meine sieht, hä, sie sieht gleich aus. Was erzählst du? Meine ist cooler. Meine kann fliegen. Weißt du, was cool ist, Max? Schau mal. Ich hab alle drei Frost-Skins. Alle drei. Und du nicht. Ich hab aber den Ember. Der ist der coolere. Blom, blom, ich mal noch was. Weil heute ist... Hey, das hab ich dir gar nicht erlaubt. Blom, blom, heute ist Weihnachten. Da darf man malen. Ja, okay, komm. Ausnahmsweise, okay? Du hast gesagt, noch fünf Sachen darf ich malen. Ausnahmsweise, aber Ausnahme. Heute, okay? Sag, dass ich der coolste bin. Du bist der coolste, wirklich. Du bist wirklich der coolste. Danke. Bitte. Blom, blom, ich mal jetzt. Das sieht so aus, Achtung. Du Käsefuß. Was meinst du da? Was? Du Pinsel. Hm? Du bist ein Pinsel. Du bist ein Pinsel, hab ich gesagt, weil du ein Pinsel bist. Verstehst du? Du bist ein Pinsel. Du bist ein Pinsel. Du bist ein Pinsel, weil du ein Pinsel bist. Weil du bist ein Pinsel, weil du ein Pinsel bist. Ja, 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 ja. Du bist ein Pinsel. Ich mal dir doch gerade, Lomax. Ja, du malst da deinen Spielernamen. Okay. Und jetzt? Max, ich weiß nicht, was du von mir willst. Und jetzt? Guck. Nee, 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 nee. Max, nee, nee, nee. Nein. Du kommst nicht in meine F.A. rein. Warum nicht? Weil du Kacke bist. Blom, blomm! Nein, 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 nein Lom, Lom, du hast gesagt, du kaufst alles, was ich möchte Das kostet nicht mal Euros Richtig, das kostet mich Zeit Und ich hab wertvoll Zeit, Zeit teuer bei mir Ich mach nicht Du musst erst bitte, bitte machen Bitte, bitte Du musst dabei klatschen, mach klatschen und sag bitte, bitte Bitte, bitte Weiter, noch teuer, mach noch mehr, das musst du ernst meinen Mach ganz lieb, einmal so ganz lieb, bitte, bitte Und klatsch dabei Bitte, bitte Das kommt jetzt auf TikTok Warum ich will nicht TikTok Lom, Lom, bitte, Anfrage, bitte, Lom, Lom, bitte Du bist nicht mal drin, du hast nicht mal eine geschickt, du Knüdel Ich weiß doch gar nicht, wie du heißt Du heißt doch sogar gemeint, bist du dumm Aber da muss man deine, deine ID, die bei mir da steht Ich sag sie dir jetzt an, ich sag sie dir aber nur einmal an, okay Warte, nicht so schnell, ich kann nicht so schnell tippen, ja Hashtag zwei, Q, R, Y, 9, Y, Q, V, Q Ich habe zu viele Anfragen, Lom, Lom Ja, ich lösche aber, okay, ich habe eine gelöscht, komm, eine, eine habe ich gelöscht Sag nochmal Wer sagt, ich sag nur einmal, hast du pech Okay, chill Hallo, okay, ey, hör doch auf Du denkst jetzt, du denkst, es interessiert mich Du kriegst mich schnell mit Lom, Lom, hast gesagt, du kaufst alles Ja, aber das ist ja nicht kaufen Ich habe gesagt, ich sag nur einmal Dann kannst du heulen, wie du willst, ist mir egal Okay, chill, übertreib doch jetzt nicht, Junge Bitte auf jetzt Lom, Lom, ich mach jetzt nochmal 2, Q, R, Y, 9, Q, V, U 2, Q, R, Y, 9, Y, Q, V, U, 2, Q, R, Y, 9, Q, U, V, U, U, W Okay, cool, ablehnen So Ey, hör auf Ey, Max, hör auf Max Lom, Max Du kaufst jetzt noch eine Sache und die ist übel mega teuer Okay Dafür, dass du mich abgelehnt hast Okay Die kostet jetzt eine Milliarden Euro Eine Milliarden Euro Ja, mir ist spannend Bist du bereit? Ich mache diesmal sogar mit einer Form Guck Ja So sieht das aus Ein Viereck, ich bin stolz auf dich, Max Und dann ist Oh, nein, nicht Und dann ist da so Es sieht doof aus, Max Sag dir, wie es ist Es sieht absolut kacke aus Ich mache jetzt voll gut Es ist trotzdem kacke aus Bist du bereit jetzt? Das ist das beste von Nein, es sieht kacke aus Von der ganzen Welt Von Deutschland Oh, nein Hey, hallo, Max Du übertreibst jetzt nicht so krass, ne? Ja, Max, nein Das übertreibst du nicht so, Bro Max Oh, nein Jetzt ist deine Zerstörung Max, ey Lom, Lom Ja Jetzt ist deine Zerstörung Du hast das so gewollt Max Weil du hast das so gewollt Max, nein Übertreibst du nicht so Max, ey Hallo Lauf Lom, Lom Du hast das gewollt Lauf, Lauf, Lauf Bist du bereit Für den Namen? Lauf, Lauf, Lauf Ich mal erstmal was da unten hier Und das nochmal Ich bin noch nicht fertig Hier unten ist noch so einer Und da ist so einer drauf Äh, was? Und dann steht hier sowas drin Das kann ich nicht schreiben Und Achtung Hier oben ist ein grüner Oh nein Und weißt du, wie viel kostet? Digga Äh Der kostet aber nur 6 Juwelen Hä? Nein, Spaß 699 Kaufen Übertreib doch nicht, Digga Was will ich da dir jetzt pro kaufen? Das ist der letzte Legendäre Dann hab ich alle in Brawl Digga Da, wo die Pfeile drauf sind Das musst du kaufen Ja, ich kaufe ihn dir Komm Geh rein Digga Das ist so nützlich Übertreib doch nicht, Digga Ja, jetzt hab ich den letzten Und Tja, Max Ich glaub Ich hab nicht mehr so viel Geld Ich glaub Für die 30 Chips reicht das Glaub ich gar nicht mehr, Max Doch Du hast mich nicht in den Freundesnissen gemacht Ich kaufe mich jetzt Ey Doch, das Geld gibst du mir gleich Kaufen Max, nein Max, nein Nein, nein, nein Nein, 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 nein Ich mach dich aus Ich mach dich aus Ich mach dich Ich mach dich Ich hab jetzt alle legendären Ballers Danke für Weihnachtsgeschenk Ich hätte das nicht gekauft Hättest du mich in der Anfrage angenommen Aber du hast abgelehnt Tschüss Ich geh jetzt zu meinen anderen Geschenke Die mach ich jetzt auf Unten in den Weihnachtsbaum Digga Ich mach mich nicht mehr so viel Geld 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 Ich mach mich nicht mehr so viel Geld